Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video als Vorbereitung auf den Karrieremodus in FIFA 22, den wir, wie bereits schon in einem anderen Video angekündigt, mit Hansa Rostock spielen werden. In diesem Video stelle ich jetzt einfach ein paar Transfers vor. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dürften es 16 Stück geworden sein. Kleinen Moment, das kriege ich nochmal ganz schnell raus. Ist ja nicht so, dass ich gerade noch den Ordner offen hatte. Genau, 16 Männer, die ich mir rausgesucht habe, die es eventuell in den Kader schaffen könnten. Alle werden, glaube ich, schwierig. Und genau, also nur nochmal um den Ablauf ganz kurz hier. Zu nennen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, dass man Spieler A kauft und dafür halt Spieler B verkauft oder sonstiges. Das sind jetzt einfach mal Spieler, die ich mir gerne anschauen würde, von denen ich auch größtenteils zumindest davon ausgehe, dass sie im Spiel integriert sind. Die Liste war eigentlich noch viel länger und dann habe ich nachher gesehen, oh Gott, ja, da spielen einige in der U23-Mannschaft des jeweiligen Vereins und die wird höchstwahrscheinlich nicht mit in FIFA 22 sein. Deswegen sind die Namen dann rausgefallen und ich denke mal, die, die jetzt noch stehen geblieben sind, dürften mit im Spiel drin sein. Und genau, wir beginnen von hinten nach vorne, was die Positionen angeht. Im Tor habe ich dieses Jahr gar keinen eingeplant. Da bin ich mit Markus Kolke relativ zufrieden und dadurch, dass wir, ähm, dass wir, ja, auch noch scouten können, beziehungsweise aus der Jugend Leute holen können und da ja auch schon relativ viel Glück hatten in der Vergangenheit, in vergangenen Karrieremodus, Let's Plays, ähm, gehe ich auch hier mal davon aus, dass das schon drin sein wird. Das bedeutet, wir gehen in die Innenverteidigung und da haben wir anstelle Nummer 1 Christoph Kobalt. Ja, Christoph Kobalt, ein Spieler vom Karlsruher SC, Marktwert etwa 900.000 Euro, äh, 23 Jahre alt. Die Transfer- oder die Marktwerte habe ich von, äh, Transfermarkt.de und ich denke mal, die sollten, ja, eventuell oder könnten eventuell schon deckungsgleich sein mit denen in FIFA. Müssen wir dann genauer sehen. Ich habe jetzt erstmal nur zum Planen, ähm, mich auf Transfermarkt.de bezogen. Genau, Christoph Kobalt, äh, habe jetzt keine, keine Rand-Facts oder so wie vor der Dortmund-Karriere oder Liverpool-Karriere? Ne, Dortmund-Karriere, ne? Ähm, das sind jetzt einfach die Namen. Ich werde versuchen, nochmal alle, äh, Spielerprofile in die Videobeschreibung zu packen. Wenn sie da nicht sein sollten, äh, erinnert mich gerne nochmal dran. Dann packe ich sie nachträglich nochmal rein. Genau, also ein 23-jähriger Österreicher vom KSC für die Innenverteidigung, was, ja, theoretisch schwierig werden könnte, weil Liga-Konkurrent und, ähm, da ist FIFA ja immer so ein bisschen gnadenlos, sag ich mal. Ein Grund, weshalb ich auch mal über die Landesgrenzen hinausgegangen bin. Christoph Kobalt war noch ein Vorschlag vom, äh, Dominik auf YouTube. Danke auch nochmal dafür. Wieder ein sehr, sehr schöner, ausführlicher Kommentar. Und dadurch bin ich auf Christoph Kobalt aufmerksam geworden. Dann geht's weiter und wir gehen nach England, also in die Premier League, zu Hull City, um genau zu sein. Oder das ist die zweite Liga, das habe ich mir jetzt nicht dazu geschrieben, zu Jacob Greaves. Ja, 20-jähriger Engländer, Marktwert von roundabout 600.000 Euro. Und wie gesagt, spielt für Hull City. Was ich falsch geschrieben habe, fällt mir gerade auf. Hm. Ja, der Fehler bleibt jetzt einfach drin. Ja, er spielt einfach bei Hull City. Das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Aber gut. Passiert. So, ja genau. Also 20 Jahre alt, hat deshalb noch, äh, ein gutes Potenzial. Gehe ich mal davon aus. Und mit einem 5-Jahres-Vertrag wäre da auch einiges zu machen. Ähnlich auch mit dem nächsten. Ähm, bei dem es schon schwierig war, überhaupt ein richtiges, ein richtig ordentliches Bild zu finden. Äh, wir bleiben in der Premier League und haben Andrew Omo, äh, Balidele, den ich vor allem auch wegen seinem Nachnamen hier mit reingenommen habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ständig in einem Spiel der Name Omo Balidele fällt. Geht auch sehr leicht von den Lippen, was man im ersten Moment gar nicht glaubt. Aber ja, also 19-Jähriger, äh, äh, ja, Innenverteidiger mit doppelter Staatsangehörigkeit, äh, Irland und Nigeria. Ich hab die Flaggen jetzt mal so gemacht, äh, oder so gebastelt. Wenn sie noch kein A-Länder-Spiel hatten, also noch nicht für eine Nationalmannschaft feststehen. Und deshalb hat er hier Irland und Nigeria. Was eine sehr interessante Mischung ist. Mit 1,2 Millionen Euro natürlich etwas teurer. Spricht aber schon dafür, dass dieser Mann, dieser junge Mann, ähm, aber schon so ein kleines Talent ist. Gut, und dann gehen wir nochmal in die Ukraine. Da haben wir Dennis Popov. Und bei Dennis Popov, ich weiß nicht, auf wie vielen Listen ich jetzt stehe. Denn, ich wurde ständig auf ukrainische Seiten geleitet, als ich einfach nur ein Bild von diesem Mann gesucht habe. Und ständig wurde mir angezeigt, ja, ist keine sichere Verbindung, ich würde das jetzt hier lieber sein lassen. Und dann war ich auf einmal auf einer Seite, die einfach komplett ukrainisch war. Von daher, keine Ahnung, vielleicht findet dieser Transfer auch nie statt. Vielleicht findet der ganze Karrieremodus einfach nicht statt, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, Dennis Popov, 22 Jahre alt. Spieler bei Dynamo Kiew und, äh, hat einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro, was ein wenig teurer ist, als die restlichen gerade vor ihm, ist dann eher ein Kandidat für, ja, vielleicht die zweite Saison, je nachdem, wie die erste natürlich verläuft. Ähm, ich fand das Spielerprofil allerdings sehr interessant und dachte mir, komm, warum nicht? Könnte ganz witzig werden. So, das sind also die vier Kandidaten für die Innenverteidigung und wir gehen auf den, äh, auf die linke Position, auf die Linksverteidigerposition, wo wieder zwei Vorschläge vom Dominik dabei sind. Und zwar haben wir einmal vom FC Heidenheim, Jonas Föhrenbach, 25 Jahre alt, Marktwert von 550.000 Euro. Ähm, auch hier könnte es wieder schwierig werden, ne, Heidenheim, Liga-Konkurrent, äh, aber versuchen kann man es ja auf jeden Fall mal, das, was ich bis jetzt so, äh, real von ihm gesehen habe, äh, real life von ihm gesehen habe, muss ich sagen, sah ganz interessant aus und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der andere Spieler kam, oder kommt ebenfalls aus der zweiten Bundesliga, spielt Bayern Regensburg und heißt Erik Weckesser, 24 Jahre alt, 800.000 Euro Marktwert, also etwas teurer als, äh, Jonas Föhrenbach, aber dafür halt auch noch ein Jahr jünger. Bin mal sehr gespannt. Er ist mir jetzt, äh, an diesen vergangenen Spieltagen in der zweiten Bundesliga noch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kann ich, glaube ich, in diese Bewertung überhaupt nicht einfließen lassen, weil die Namen, die ich mir hier noch dazu rausgesucht habe, da habe ich die wenigsten von selber spielen sehen. Von daher, naja, genau, unter anderem halt auch der nächste. Dafür gehen wir in die belgische Liga und der Name wird jetzt schon schwierig für mich. Also, der Vorname geht ja noch. Liberato, das kann ich noch, das kriege ich noch hin. Ist, äh, Neuseeländer, hat allerdings italienische Wurzeln oder mit auch italienischer Staatsangehörigkeit, hat aber schon für Neuseeland Länderspiele bestritten. Deswegen hat er hier zum Beispiel die neuseeländische Flagge. Genau, spielt bei Sound Troiden, wenn man es so ausspricht, und, äh, hat einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro. Ja, und wie spricht man den Nachnamen aus? KKs? Chachase? Kachase? Ich bin mir unsicher. Ja, liebe Rato, da kann ich mich mit anfreunden. Ähm, und, ich hab so das Gefühl, der könnte ganz gut reinpassen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie seh ich den bei uns. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit den drei Linksverteidigern hier. Rechtsverteidiger hab ich mir tatsächlich gar nicht rausgesucht. Ähm, eigentlich auch, weil ich so ein bisschen hoffe, dass man, ähm, dann eben auch mal switchen kann, ne? Zum Beispiel einen dieser drei Linksverteidiger mal auf die rechte Seite ziehen kann. So, dann geht's ins zentrale Mittelfeld und da bin ich mal gelandet in der ersten Bundesliga bei Sully Özcan, der 23-jährige Deutsche, äh, vom 1. FC Köln, Marktwert von 3,5 Millionen Euro. Ähm, finde ich einfach einen soliden Spieler und, äh, den kann man sich auf jeden Fall auch mal genauer anschauen, eventuell mit einer Laie im ersten Jahr arbeiten. Wenn denn überhaupt die Wahl auf ihn fällt. Denn es ist noch ein anderer Name aufgetaucht, der so unfassbar vielversprechend klingt. Ähm, der ist mir noch nie aufgefallen vorher, dieser Junge. Die Rede ist von Xavi, ich sag's jetzt einfach mal Simons oder Simons, 18 Jahre alt, spielt bei Paris Saint-Germain, hat einen Marktwert von 500.000 Euro, ähm, niederländische und spanische Staatsangehörigkeit, kann sich also da noch festlegen, und, ähm, hat von dem, was ich gelesen habe, wohl sehr, sehr gute Spielanlagen. Und, mit 18 Jahren auf jeden Fall, äh, ein super Talent für das Geld definitiv zu kriegen. und, äh, ihr seht ja auch das Bild, ne, also, sieht schon aus wie ein Künstler und der Name kommt auch eben von Xavi, äh, danach, oder nach ihm wurde er auch benannt, wenn ich das so richtig gelesen habe. Also, ein sehr interessanter junger Mann, auf den ich auf jeden Fall, äh, einen Scout ansetzen werde. Und, äh, genau. Dann gehen wir wieder zurück in die Bundesliga und landen jetzt aber schon bei der zentralen offensiven Mittelfeldposition. Da geht es dann zu Ulrich Bapo, Deutsch Kameruner, 22 Jahre alt, Jan Regensburg und 500.000 Euro Marktwert. Auf dem Bild, äh, ja, VfL Bochum, ich, also, bei der Suche bin ich ein bisschen verzweifelt, weil irgendwie standen da bei meinen Quellen, die ich gefunden habe, standen da irgendwie so drei verschiedene Vereine. Ähm, ich bin dann mit dem gegangen, was Dominik mir geschrieben hatte und das war Jan Regensburg. Ne, auch wieder, wie gesagt, jetzt ein Spieler dann von Dominik, den er in die Kommentare geschrieben hatte. Ähm, und das kann man auf jeden Fall mal machen. Ist von den beiden Kandidaten, die ich fürs offensive Mittelfeld habe, auf jeden Fall, äh, derjenige, den man sich am ehesten leisten kann. Denn der zweite kostet einfach mal das Sechsfache. Wir landen wieder bei drei Millionen Euro Marktwert, ähm, genau, in der niederländischen Ehredivisi bei AZ Alkmaar. Da spielt Mohamed Tabuni. Äh, Staatsangehörigkeit ist niederländisch und marokkanisch. wie gesagt, 300, äh, 300 Millionen. Mhm. Dieser junge Mann kostet 300 Millionen Euro. Nein, Marktwert von drei Millionen Euro. Und, fand ich einfach sehr interessant. Ähm, was das Geld betrifft, natürlich, wäre wieder eine Möglichkeit, erstmal mit einer Laie zu arbeiten, äh, eventuellen Spielertausch, eventuell, dann für die zweite Saison, müssen wir uns halt dann überlegen. Genau, und weiter geht's. Da hat Dominik schon dazu geschrieben, dieser Mann, äh, ist dir ja schon bekannt, ja. Aaron Opoko, äh, 22-jähriger Deutsch-Ganahe, oh Gott, Deutsch-Ganaheier, ähm, aktueller Verein ist der Hamburger SV. Auf dem Bild seht ihr schon, Hansa Rostock, ähm, war ja eine Saison lang ausgeliehen schon an, äh, an Hansa, hat einen Marktwert von 500.000 Euro. Und ich habe ihn ja schon zu Dortmund geholt, äh, im letzten Karriere-Modus, weil ich gesagt habe, dieses Talent verdümpelt mir bitte nicht beim HSV. Und von daher wäre es eine sehr gute Idee, wie ich finde, ihn wieder zurückzuholen und dann auch festzuverpflichten, weil er, ja, Rostock auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, verbessern, oder sehr gut helfen könnte, sagen wir mal so. Und, ja, gut, der HSV ist wieder ein Liga-Konkurrent, könnte wieder Schwierigkeiten geben, so, hm, wir geben den nicht ab. Versuchen kann man es auf jeden Fall trotzdem. Und, ähm, genau. Jetzt kommt der Sprung auf die rechte Außenbahn, also, äh, Aaron Opoko, falls ich es noch nicht gesagt habe, ist, äh, eher links eingeteilt, ne, linkes Mittelfeld oder linker Flügel. Jetzt gehen wir halt ins, äh, ins rechte Mittelfeld oder auf den rechten Flügel. Da habe ich zwei Spieler. Ähm, beide werden schwer auf jeden Fall zu holen sein, denn beide kosten drei Millionen Euro. Ähm, also sagt zumindest Transfermarkt. Und wir bleiben tatsächlich beim ersten hier in Deutschland, bleiben auch bei der, äh, Nationalitätenkombination Deutschland-Ghana. Die Rede ist natürlich vom Borussia Dortmund-Nachwuchs Ansgar Knauf. Vielversprechender Typ und, äh, bei ihm bin ich mir relativ sicher, dass er es in FIFA reinschaffen wird. Ob er da dann auch beim, beim BVB direkt gesetzt ist, ist halt die andere Frage, weshalb man mit einer Laie sehr gut arbeiten kann. Der Junge kann sich dann in der zweiten Liga noch ein bisschen weiterentwickeln, ähm, eben bei einer Mannschaft, die, wenn ich sie trainiere, die Ambitionen haben sollte, aufzusteigen. Denn, äh, der Trainer ist auf jeden Fall der Meinung, ja, Jungs, wir gehen nach oben. Von daher, ähm, beste Voraussetzungen für jemanden wie Ansgar Knauf. Freue ich mich drauf, äh, das zumindest zu versuchen, ihn an die Ostsee zu lotsen. So, dann geht's ins weit entfernte Spanien. Ich glaube, bisher der am, naja, gut, am weitesten entfernte, weiß ich gerade nicht, wie sich das mit der Ukraine noch deckt. Doch, also, Spanien müsste doch weiter weg sein, ne? Äh, und zwar gehen wir zu Real Madrid. Da wartet nämlich Sergio Arribas, 19 Jahre alt, wie gesagt, bei Real Madrid, auch ein Marktwert von 3 Millionen Euro. Ähm, der kam mit auf die Liste, ich meine, allein der Name Real Madrid, als wenn Real Madrid mit Hansa Rostock, äh, irgendwie verhandelt und als ob Arribas, äh, ja, Bock drauf hätte, in der zweiten Liga in Deutschland zu spielen, aber, der Name kam einfach mal dazu, weil ich mir so dachte, komm, warum nicht? Ne, irgendwas, irgendein Name muss dabei sein, der, ähm, ein bisschen exklusiver klingt, sag ich mal, hatte ich ja in, in Liverpool, in FIFA, in FIFA 20 auch schon mit Neymar, Neymar, der einfach auf der Liste stand, weil, warum nicht? Genau, und so ist es auch mit Sergio Arribas, auch er dann, eben wie Ansgar Knauf, fürs rechte Mittelfeld oder den rechten Flügel zuständig. Und dann habe ich noch zwei Stürmer auf der Liste, da gehen wir wieder zurück nach Deutschland und haben einen Namen, den Dominik mir wieder in die Kommentare geschrieben hatte, Dennis Borkowski, 19-jähriger Stürmer von RB Leipzig, 1,3 Millionen Euro Marktwert. Ich muss dazu sagen, bis ich den Kommentar von Dominik gelesen hatte, habe ich diesen Namen noch nie vernommen. Kann sein, dass ich einfach nie richtig hingehört habe, wenn er gespielt hat, kann aber auch einfach sein, dass ich die Spiele gesehen habe, wenn er nicht gespielt hat. Jedenfalls, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Wäre aber auch eine sehr, sehr gute Alternative für uns. Er müsste nicht weit weg ziehen von Leipzig und mit 1,3 Millionen Euro ich gehe mal davon aus, dass ein Transfer in der Höhe noch bezahlbar sein sollte. Da müssen wir mit den anderen natürlich mal ein bisschen schauen. Aber dadurch, dass wir auch noch nicht wissen, wie viel Geld wir genau zur Verfügung haben, ich habe ja, glaube ich, gesagt, 5 Millionen Euro, plane ich mal ein. Müssen wir mal schauen. Und dann habe ich noch einen zweiten Stürmer, der auf jeden Fall, oder den man sich auf jeden Fall besser leisten könnte. Ist auch, glaube ich, wenn ich das gerade nochmal so überfliege, der günstigste auf dieser ganzen Liste. Auch 19 Jahre alt, ein Niederländer von FC Honingen spricht man es, glaube ich, aus. Wir haben Romano Postema. Also 19 Jahre alt, wie gesagt, 325.000 Euro und auf jeden Fall ein Zielspieler für die erste Saison sofort. Vier-Jahres-Vertrag, Fünf-Jahres-Vertrag und der Junge ist direkt bei uns. Das sehe ich irgendwie schon. Und wenn es halt nichts wird, dann mit ihm, okay, also, wenn er dann bei uns nicht einschlägt, kein Thema, verkaufen und dann eben Dennis Borkowski holen. So denke ich mir das jetzt zumindest. Aber ich habe so das Gefühl, das könnte ein Name sein, auf den man schon irgendwie setzen kann. In der zweiten Bundesliga. Genau. Also das waren meine 16 Spieler. Ich gehe noch mal ganz kurz im So, jetzt muss ich bei mir hier erstmal, so, ich gehe noch mal im Schnellverfahren durch. Für die Innenverteidigung haben wir Christoph Kobalt, Jacob Grieves, Andrew Omobali-Dehle, ich feiere diesen Namen, Omobali-Dehle und Dennis Popov. Für die Linksverteidiger-Position Jonas Föhrenbach, Erik Weckesser und Liberato KKC Case Cha-Cha-Che. Es tut mir so leid, dass ich deinen Namen so verhunze, wirklich. Genau. Dann zentrales Mittelfeld, Salih Öztan und Xavi Simons, Simons. Ich denke mal, er ist Simons wahrscheinlich. Simons geht auch noch. Genau, dann ZOM-Position Ulrich Bapo und Mohamed Taboni. Für den linken Flügel Aaron Opoko, für den rechten Flügel Ansgar Knauf und Sergio Aribas und für den Sturm dann Dennis Borkowski und Romano Post Thema. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher dieser Namen für euch am interessantesten klingt. Wer am besten, also wer sich am besten anbieten könnte, würde und ja, wenn ihr Bock habt, vielleicht auch schon mal, wie man sie einbauen könnte. Ja, ich lasse mich da überraschen, wenn ich nachher dann wirklich FIFA vor mir habe und mir alles nochmal genauer anschauen kann, als jetzt so theoretisch mich da hinzusetzen. Ja gut, die Position und die Position. Ich warte da lieber ab, bis ich wirklich im Mannschaftsmanagement bin. Dann kann ich da ein bisschen übersichtlicher arbeiten. Für mich persönlich jetzt einfach. Genau, also wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Namen habt, natürlich auch gerne in die Kommentare. Falls ihr noch Fragen oder anders, wenn ihr noch irgendwas über irgendeinen Spieler hier wissen möchtet, genau, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da werde ich hoffentlich nochmal alle Spielerprofile von transfermarkt.de hier reinpacken und wir sehen uns dann im nächsten Video beziehungsweise in einem der nächsten Videos. Schaut euch gerne die anderen Let's Plays an. Vielleicht interessiert euch davon was und vielen Dank fürs Zuschauen. und ciao.